Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Boss App Budokai Tenkai G4 Im letzten Part haben wir die Früchte des Todawa Trainings gemacht und wurden einfach abgefertigt Heute sind wir bei der Rückkehr von Broly Genau und wir müssen hier gegen Broly kämpfen und wir versuchen das jetzt einfach mal mit Gohan Mal gucken ob das klappt, Gohan ist komplett normal, der hat noch gar nichts drin Und er, oh Gott Oh Gott, ah Und er hat auch wirklich generell nichts gerade was ausgerüstet außer God of Destruction bei mir Deswegen werde ich God of Destruction auch gar nicht benutzen Äh, weil das viel zu stark wäre Aber, das was ein Vorteil von uns ist Es gibt hier Oh, äh Erstmal Ultimate Form Zack, jetzt bin ich Ultimate Gohan So Super Explosive Wave So So, einmal sind wir in der Ultimate Form jetzt Damit sollten wir ihn eigentlich schaffen In der Theorie Hat natürlich nicht zu heißen Oh Gott Lass mich los Du Monster Oh nein Ah! 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 Hamehame! Ah! Ah! Oh, ich habe das. Die nächste Form. Die beast. Ah! 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 Massimo! Damit sollte es eigentlich machbar sein. Das ist jetzt auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir die Beast from überhaupt sehen. What? Okay. Not bad. Hellenspirale! Yeah! What? Ey! Was soll das? Was sollte denn das werden? Fast Rush! Oh! 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 Ich kann wieder nichts machen! Und er kann wieder 10 Mal TP'n. Och! Komm schon! Warum kann das Ding jeder von denen? Massimo! Wie kann das sein? Oh! Eraser Cannon würde mich nicht treffen. Jetzt ist es irgendwie Eine miese Krise gerade Es ist irgendwie möglich Einen Move zu machen, der uns den Tor rettet Okay, wir haben Wildsands Wir haben Burst Rush Super Masenko und halt Special Beam Cannon Aber das war es Egal Ach man Ach komm Das kann doch nicht sein Okay, egal Das war der erste Try Wir versuchen es gleich nochmal Das ist auf jeden Fall machbar mit Gohan Also mit Base Gohan hier In Beast Verwandlung Auf jeden Fall machbar Wir hatten nur gerade ein bisschen sehr Pech Dass Broly so stark war Hier Zack, zack, zack Der hat auch so viele Formen Der hat auch so viele Formen Es ist so heftig Okay Broly, komm mal ran Broly So Oh ja, natürlich trifft er mich So Einmal direkt Ultimate Form gehen Nein Nein Oh, ich hasse das Oh Oh come on Yo Was war denn das? Der trifft safe Alter Broly Oh ha I make you pay Yeah Special Yeah Yeah Yo Er lässt mir jetzt nicht mal eine Chance Okay Ich merke schon Ach man ey Hallo Ah Broly Lass es Alter Keine Chance Wer macht uns gerade so fertig? Wie ist das möglich? Ein Special Beam Cannon Yes Der hat getroffen, der Angriff Oh nein Ah, was ist das denn? Oh mein Gott Er sieht das nicht Jetzt aber Diesmal Burst Rush Okay Okay, jetzt sollten wir ungefähr auf gleichem Level sein Kamehameha Okay, sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Ja Bitte Warum trifft das nicht? Warum? Das macht halt nicht mal Sinn Oh mein Gott Ja Der muss treffen Der muss treffen Ja Oh mein Gott Nein Der Griff Nein Eraser Cannon Ich kann nicht ausweichen Oh mein Gott Ich lebe Masenko Das war echt ein Verzweiflungsmove Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Es war so knapp Und wir verlieren trotzdem Das kann nicht wahr sein Okay, okay Wir haben es gleich Broly, second coming Wir werden dich schaffen Gohan Normal Let's go Das passt schon Wir schaffen das Ich glaube daran Aber wir schaffen das auf jeden Fall Vielleicht irgendwann in 10 Jahren Hat Spaß So Einmal in Ultimate Vielleicht brauchen wir auch gar nicht die Biestform War klar, dass das nicht trifft. Explosive Wave! Könnt's auch so machen. Explosive Wave! Nee, kommt nicht durch. Oh nein, schon wieder, immer in die Markgrube. Es reicht aber langsam. Hi Broly. Nimm das! Oh mein Gott, jetzt kommt der schlechste Angriff. Oh nein, was ist jetzt los? Broly ist zu stark. Nope. First Rush! Ey, ich kann diesen Clash nicht gewinnen, wenn ich den Controller nicht anders halte. Ich hasse es! Jetzt nimm das! Oh ey! Ja komm! Und er packt direkt wieder zu! Oh mein Gott, wie lange brauchen wir denn die Keyblasts? Süß! Ey komm! Nein! Ja! Wir haben ihn! Oh mein Gott! Er sollte ihn umdrehen und nach hinten springen und dann in den Move reindrücken. Wollte er aber nicht! Nein! Idiot! Oh mein Gott! KI lost! Und tschüss! Und tschüss! Wir haben gewonnen. Okay, wir brauchen nur Ultimate Gohan! Easy! I know this was the best you can manage! Okay, so und jetzt einfach weil wir es können. Wir haben es zwar geschafft. Ah, ich möchte jetzt gerne wissen, wie krass geht Gohan ab mit Gott der Zerstörung? Gucken wir mal. So. Einmal normaler Gohan, Custom 1, da habe ich den Gott der Zerstörung Ding drin. Und ihr wisst ja glaube ich wie OP dieses Item alleine ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was gegen Broly passiert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Haha! Alter, wie ist das alles so 4? Nein, ich muss doch kommen damit. You can't win! Hey, was ist denn mit ihm los? Was ist denn mit ihm los? Yo! Alles klar. Nö, tot. Okay, damit hätten wir es natürlich fast trite. Oh mein Gott! Okay, das Item ist viel zu stark. Viel, viel zu stark. So und das war ich mit dem Ding. Stell dich mal vor, der Gegner hat das. Dann ist es wirklich vorbei. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Z werden. Ja. Obviously. Haha! Oh mein Gott! Okay, das war Second Coming. Wir haben aber noch... Ah! Triple Freed. Äh, ach so. Oh ja! Das können wir natürlich auch probieren. Und zwar jetzt mal mit Broly gegen alle anderen. Ich gebe dem Ganzen einen Try. Ansonsten probieren wir das im nächsten Part weiter. Wo ist denn unser Broly? Also wir können jetzt zwei Brolys benutzen. Äh, ich würde gerne den Dragon Ball Z Broly hier benutzen. Äh, und weil es alle drei sind. Ich weiß nicht, komm. Wollen wir erstmal mit normal reingehen. Der hat da nichts. Da hat er das drinnen. Okay, dann nehmen wir doch Nummer zwei, weil das sind viele. Gucken wir einmal, wie das sich äußert. So, wie geht er? Muss ich jetzt mal Liegestütze machen? So. Oh, oh. Oh ja, ich werde so hart an dich praktischen. Oh ha! Okay. Bloody smash. So, hier. Nimm das! Oh mein Gott, Mr. Zartan. Energy wave. Oha! 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 Und tot! Das war Nummer eins! So, den haben wir brutal fertig gemacht. Jetzt kommt Krillin, unser Trainer. Oh mein Gott, was war das? Wir brauchen für die gar keine Formen, wir machen die alle Base. Okay, ne. Ja. Ja, Moin. Krillin, beruhigt dich. Was sag ich meine Ult? Hallo? Hey, wieso kann er mich trotzdem angreifen, wenn ich angreife? Hallo? Jetzt ist Schluss. Ich will auch nicht unter Wasser kämpfen. Junge. BAM! Voll auf dem Rücken. Jetzt reicht's! Eraser Cannon! Eraser Cannon! Alter, was das hat der für Keyblast? Festshooter! So, jetzt kommt die 18 und dann Gurten und Trunks. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen können. Eraser Cannon! Eraser Cannon! Hallo, dodge doch! Nope. Aber direkt, direkt aktiviert. Keine Chance. Was? Lass das! Tap-Shooter! Oh, der Angriff hat gereicht. Oh mein Gott. Was? Kakarot! Ah, wie unfair. Achso, ich kann noch nicht. Oh mein Gott. Bleib bitte einfach da unten, ich will mich kurz verwandeln. So. Tark-A-O-R-O-R-O-ؤo-A-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M! Achso, da pack ich zu. Okay. Ja, klar! Es wer pencil rein. Hallo. Ja klar, oh mein Gott, was ist das für ein Kampf, oh mein Gott, fang das, oh mein Gott, Omega Blaster, und dead, hundertprozentig dead, yo, ja moin, okay, hör auf, Junge, fang das, Omega Blaster, was, okay, ähm, hier, nimm das, oh Gott, ja gut, dass ich dann am zuschlagen war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ich kann drücken, was ich will, da habe ich ja geschossen, hallo? Nein, oh mein Gott, ich dachte, okay, vielleicht reicht's, und er wird weggefetzt, aber nö. Okay, vielleicht reicht das, weil er so nah dran ist, okay, er kann's doch dodgen, er kann's einfach doch dodgen, alles klar, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Razor Cannon. Oh mein Gott, wieso sind wir so OP? Razor Cannon. Als ob, keine Chance. Okay, also, in der verwandelten Brawly-Form sind wir echt nochmal viel stärker. Aber wir sind auch der Legendary Super Sane. Okay, gut, damit würde ich sagen, das war's. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Part haltet, und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dann und ciao, euer FireAlexa, haut rein, ciao.